Hallo und herzlich willkommen, schön, dass ihr mit dabei seid. Die erste Folge im neuen VfL-Kabinengespräch. Wir sind in der Kabine, in der heiligen Welt des VfL und in der ersten Folge haben wir jemand ganz Besonderen da. Der Mann, der das Sagen hat in der Kabine. Piotr ist da, der Trainer. Schönen guten Tag. Wir wollen natürlich auch das Intime mal herausbekommen, wie ticken die Handballer des VfL in diesem Format. Würdest du unterschreiben, die wahre Seite der Jungs, die kommt in der Kabine zum Vorschein? Auf jeden Fall. Selbst als Spieler habe ich das schon mehrmals erlebt. Das ist unsere heilige Welt. Hier passieren einige Sachen und die Jungs haben natürlich auch gemeinsam viel Spaß in der Kabine. Wie ist denn der Trainer in der Kabine? Ist er eher der Taktiker an der Taktiktafel oder bist du auch der Emotionale, der auch mal laut wird? Ich würde mal sagen, je nachdem, was gebraucht wird. Wie wir dann drauf sind, wie wir gespielt haben und so weiter und so fort. Das sind alles lebende Menschen und man muss damit einfach mal umgehen können. Von daher kann man nicht so pauschal sagen. Man sollte manchmal vielleicht dazwischen greifen, manchmal regeln die das von alleine. Du hast dich ja auch, das sehen wir ja, am Seitenrand und auch beim Spiel schon eingelebt im Handball hier. Aber wie sieht es denn aus von der Region? Hast du dich in Lübeck-Travemünde schon eingelebt? Doch, das ist schon ganz schön. Innerhalb von zwei Monaten fühlt sich die Familie wohl und dort, wo wir wohnen, ist auch alles wirklich sehr angenehm von der Nachbarschaft. Wir haben schon mal in Schleswig-Holstein früher gewohnt, von daher kennen wir auch das Ganze und das gefällt uns. Schleswig-Holstein sagt ja für sich, es ist der echte Norden, das ist der Slogan. Du warst zwar danach in Hannover und Nordhorn, auch noch nördlich von Deutschland, aber als du aus Kiel weg warst, hast du in der Zwischenzeit den echten Norden vermisst? Ja, etwas schon, klar. Obwohl ich dann ab und zu noch in Kiel war und dann noch viele Bekannte bzw. Freunde habe. Von daher sind wir froh, dass wir wieder Richtung Norden gezogen sind und ich hoffe, dass das auch so bleiben wird. Was hast du denn am meisten vermisst? Oder was schätzt du jetzt am meisten? Fischbrötchen, sagt man. Ja, ab und zu habe ich das schon gegessen, aber am Maschsee kann man das auch, wenn wir dann Maschsee-Fest haben zum Beispiel auch machen. Und mein Sohn hat das vermisst, muss ich ganz ehrlich sagen. Also war es das Erste auch, was ihr gegessen habt, als du jetzt nach Lübeck kamst? Nicht das Erste, aber dann schon, ja, auf der zweiten, dritten Stelle. Hast du denn schon die berühmten Travemünder Strandspaziergänge erlebt oder bist du nicht so der ruhige Typ privat? Wie ist Piotr privat? Ja, so ganz ruhig bin ich nicht, aber die Promenade haben wir natürlich schon öfters besucht. Wir sind mit meinem Sohn und meiner Frau auch dann mit dem Fahrrad gefahren. Wir fahren auch gerne Fahrrad und von daher waren wir auch öfters dort. Travemünder Woche haben wir auch erlebt, vergleichbar mit Kieler Woche, sage ich mal so. Und wenn das Wetter mitspielt und so viele Leute wie dieses Jahr da waren, dann hat das wirklich Spaß gemacht. Ansonsten sind wir dann relativ oft auch spazieren gegangen. Wir erleben dich immer am Seitenrand und bei der Auszeit im Mannschaftskreis. Wir erleben dich aber weder in der Kabine noch zu Hause. Wo ist der Unterschied zwischen dem, was wir sehen und wie Piotr privat ist? Das ist aber ganz schwer, über sich selbst zu reden, müsste man die anderen fragen. Klar gibt es da Unterschiede, aber ich glaube, ich versuche einfach mal immer wieder authentisch zu bleiben. Als Trainer muss man natürlich dann die gewissen Situationen erkennen und auch dazwischen greifen, das ist ja ganz klar. Und zu Hause darf man sich auch nicht alles erlauben, weil zu Hause hat jemand anderes das Kommando. Nein, das war natürlich ein Schels oder vielleicht doch nicht. Ja, aber wie gesagt, über mich selbst zu reden, da muss man die anderen fragen. Aber ein bisschen über deine Vergangenheit wollen wir noch herausfinden. Denn du kommst, habe ich nachgeschaut, aus einem Ort in Polen, der Opole heißt. Wird das so ausgesprochen? Genau, wird das so ausgesprochen, ja. Wie bist du da zum Handball gekommen? Eigentlich ganz einfach, weil mein Vater hat selbst Handball gespielt auf einem sehr hohen Niveau, der war Nationalspieler. Er hat mich auch trainiert teilweise, er war in der Schule auch Lehrer, also Sportler, also nicht auf meiner Schule, da wollte ich nicht hin. Das will kein Mensch. Und er hat mir das beigebracht, aber er hat mich auch nicht dazu gezwungen. Das heißt, irgendwann hat er erkannt, ich bin dann schon relativ gut drauf und relativ weit. Dann hat er mich gefragt, willst du das überhaupt dich antun, weil Handball macht zwar Spaß, aber da muss man sich körperlich wirklich auseinandersetzen. Und da hat mich, wo ich mich dann dafür entschieden habe, natürlich sehr viel beigebracht, auch individuell mit mir trainiert. Und dann bin ich dann irgendwie überhaupt zum Handballspieler. Du hast mal folgenden Satz gesagt. Besser als Handball ist eigentlich nur das Eis von Helgen Dorsch. Das stimmt, ich glaube, das war ja, aber das ist ja schon, das sind mittlerweile 20 Jahre her. Fast, ja, Anfang 2002, 2003 muss das gewesen sein. Das ist richtig. Und damals haben die in Hamburg eine neue Eiscafeteria geöffnet und das war von Helgen Dorsch. Und das kann ich nur empfehlen, aber das ist ja schon alt und ich glaube, sehr bekannt. Und damals gab es so einen Fragenbogen, die haben mich auch gefragt, glaube ich, ich wäre wie deutscher Meister. Das war immer ständig gleiche Fragen. Und dann habe ich geantwortet, nicht Terwek hier, sondern Schalke 04. Das ist meine nächste Frage. Wie kommt man denn dazu? Ein Glück bist du Handballexperte geworden. Moment mal. Wie hat Schalke gespielt in der letzten Woche? Gewonnen, glaube ich. Nee, das war ja irgendwie mit Piti Pettersson, weil der war Schalke-Fan und wir haben dann irgendwie gegen die anderen immer gekämpft. Also Bayern, Dortmund und sonst noch was. Fans, also innerhalb der Mannschaft natürlich. Und dann war ich auf seiner Seite. Innerhalb der THW-Mannschaft? Genau, das meine ich. Deswegen, ich war auf seiner Seite, ich wollte ihn ein bisschen unterstützen. Aber bis heute bin ich ein bisschen Schalke-Fan. Läuft ja aktuell auch nicht so schlecht. Nö. Wir erleben dich als einen sehr nachdenklichen, sehr ruhigen, aber nicht introvertierten Menschen, der auch mal einen witzigen Spruch auf den Lippen hat. Ich glaube, das beschreibt dich ganz gut, oder? Ich versuche es. Also ich gebe mir Mühe, ob das dann witzig ist, das bleibt euch wie belassen, aber ja, ich versuche es schon. Ich sage vielen, vielen Dank für die kurzen Einblicke hier in die Kabine. Jetzt geht es, glaube ich, wieder weiter zum Training. Genau. Wir haben ja noch einiges zu tun heute. Also, alles Gute für dich. Das war die erste Folge vom VfL-Kabinengespräch mit dem Chefcoach, mit Piotr Schiebecki. Vielen Dank. Vielen Dank.